Ähm... Oh. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Babyräuber? Von wegen. Was? Oh, da oben ist ne Kamera. Überall die blauen Schmetterlinge. Gehen wir das unter den Treppen? Nein. Aha. Ich geh da sofort lang. Aber ihr kennt mich ja. Okay, das... Ich hab jetzt mal drauf geachtet, das nimmt Treibstoff weg, die Attacke. Die Musik. So intens. Aspirin, sehr schön. Die Musik. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle. Aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamb war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein. Und ich sollte es auch sein. Aber... Sophia hat sich daran erinnert, dass ich... dass ich unfruchtbar bin. Und sie bat mich auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist. Die kleine Eleanor Lamb. Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind. Und dadurch wird alles gut. Tja, Grace Holloway hat ja nichts Schlechtes gemacht, oder? Du bist ein Dreckbeer! Oh! Nein. Ich hoffe gerade an, etwas auszuführen, aber... Well. Gut, hole ich mir eben noch die Munition. Warum nicht? Ah, das sieht... Das sieht brutal as fuck aus, wenn ich da mal so sagen kann. Oh Gott. Oh, that looks nice. Da Musik! Holy shit! Achja, wir haben ja eine Taschlampe. Nur zur Vorsicht. Ich war ein Teil berühmt. Oh ja! Ich war ein Teil berühmt. Oh ja! Siehst du mich? Sie wückt sich und riskiert einen Blick. Du tust mir weh! Blut damit! Ah! Ah! Okay, da stand noch eine in der Ecke, die mich wohl vorher gesehen hat. Oder es war das Licht der Taschenlampe. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Au! Au! Huh! Jetzt gibt er... Wow! Wie man vielleicht gemerkt hat, habe ich mich ein bisschen erschreckt. Au! Mutal! What the fuck? Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Aha. Ist das so? Ups! Ich wollte kein... Ich wollte kein Bier saufen. Das nimmt mir doch mein Eve weg. Er hat sich selbst den Kopf weggeblasen. Aber scheinbar hat er noch jemanden auf Wiedersehen sagen können. War das hier nicht? Ich hatte gerade... Ich dachte da wäre vielleicht ein Durchgang gewesen. I see you. Goodbye. Sind das Spielzeuge? Sinclair-Spielzeuge. Oh my goodness! Ist das euer Ernst? Okay. Wo kommen wir noch hin? Ich will da... Ich will da... Hoch! Okay, hab schon verstanden. Mhm. What? 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 What the... What? W-what? Wo... What the fuck? W-what? Not bad, Bioshock. Not the fuck bad. Krieg ich dich weg? Nein. Huuu... Iiii... Ups. Ups. Ups, 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 ups. Wait a minute, wait a minute. Jetzt bin ich bereit. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber ich bin nicht so heilig wie die Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Sie sind halt eine sadistische kleine Schlampe, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ähm, erhöhter Schaden durch die Niedenpistole. Erhöhter MG-Schaden, der MG-Schaden geht eigentlich. Nehmen wir den Schaden für die Niedenpistole. Oh ja, oh ja, das ist, äh, schön. Oh ja. Oh ja, 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 oh ja. Wie? Wobei, da kann ich auch hinlaufen. Da kann ich auch hinlaufen, um es zu hacken. Was haben wir denn hier Schönes? Lass deine Gegner mit Griffrier bohren, die... Interessant. Aber will ich dafür was weg... Irgendwie prockt das hier nicht. Irgendwie hat das noch nicht einmal funktioniert. Ich behalte das erstmal alles so, wie es ist. Du bist weit in Tatsache der Erlösung. Sogar für die Enze. Du Arsch! Lass dich nicht. Schick deine Möbel. Ich bin's! Blechbüchse! Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie, ein Volk, ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen, aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechbüchse, du stirbst ganz allein. Grace, wir haben dasselbe Ziel. Wir wollen beide doch nur Eleonors Bestes. Wir sollten zusammenarbeiten, statt uns hier gegenseitig kaputt zu machen. Ich sollte mal wieder etwas mit der Kamera hantieren. Hüpp! Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch, aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen? Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Okay. Haben wir ja was Interessantes von Sinclair erfahren. Wo komme ich da rein? Zurück, verdammt nochmal! Höh? Oh, fein. Stimmt, das funktioniert ja auch, indem ich... Kann ich dich auch fotografieren? Kann ich. Wo laufe ich hin? Ich muss hier rein. So, ich dachte über mir wäre die Decke... Off. What the fuck, mates? Da gehe ich gleich lang. What the fuck? What the fuck? All Heilmittel? Ja, das lassen wir erstmal noch stehen. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lam hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Das ist ja alles gut und schön, aber du weißt schon, dass Lam hier die Übeltäterin ist, oder? Wollen wir das auch mal haben, weil das gibt ja auch Punkte. Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesen Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden kriegt, Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Zinkle einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Ich hab schon gewartet auf so im Draußen. Woran bin ich gerade festgebracht? Wait, what? Wir haben einen Gefrierbohrer? Warte, was? Warte, was? Warte, was? Wieso haben wir den Gefrierbohrer? Den hab ich doch gar nicht ausgewählt. Hab ich den ausgewählt? Hab ich den? Was hab ich denn dafür wieder weggeräumt? Ich? Ich? Was geht hier vor? Wieso haben wir den Gefrierbohrer? Ich komm damit gerade gar nicht klar. Hier lief doch irgendwo noch eine... Äh, hier ist eine Eve-Spritze. So, wir haben alles abgesucht, glaube ich. Und wir haben auch vorhin wieder etwas über Sinclair erfahren. Die Leute scheinen nicht ganz so glücklich damit gewesen zu sein, was hier passiert ist mit ihnen. Zwei Eve-Spritzen. Ich glaube, es hackt. What the fuck? Ja, versteckt euer Geld im Ofen. Ich mein, warum auch nicht? Lecker, lecker. Den Kühlschrank zu plönern hat sich doch gelohnt. Der Schmetterling. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretinor verpumpt sich nicht. Hier wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lam und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reifen naht. What is that? Später in Big Daddy? Gracys Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Frick! Oh, hi! Ich weiß, dass das alles ein Missverständnis nur war. Deswegen habe ich auch schon einen Plan. Das erinnert mich an Bloodborne, der alte Sack, der im Rollstuhl sitzt und mit der Schrotflint drauf einschießt. Die Spritze wurde verwendet. Und so sind's hundert. So einfach geht das. Ich zahl Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Hm. Interessant, was wir alles über Sinclair erfahren, nicht wahr? Wird's in der Ewigkeit heiß oder kalt sein? Ich werd mal einen Schal mitnehmen. Geht diese Tür gleich auf? Die Stimme kam von da drin. Da muss es irgendwie reingehen. Wait a second. Waren wir da drin? Ich glaub nicht, oder? Sonst wär das ja weiß. Okay, äh, wir machen hier mal einen Schnitt. Und ich werde jetzt folgendes tun. Ich werde nochmal versuchen, einen Weg zurückzufinden, weil ich will wissen, was da drin ist. Und sollte ich das nicht schaffen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier. Ansonsten sehen wir uns auf der anderen Seite der Tür, denk ich mal wieder. Genau. Also bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Baba.